Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Folge. Letzten Mittwoch nach dem Patch gab es mal wieder eine Happy Hour. Diesmal war die Happy Hour doppelt Drop. Das habe ich auf jeden Fall für mich ausgenutzt. Ich war in der Kristallmine unterwegs bei den Trollen und wollte ein bisschen Helme droppen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe mitgenommen an Cash-Items den Glückszauber in Kombination mit der Glücksschriftrolle und dazu noch Samen der reichen Beute. Also quasi alles was geht. Und ja, habe ziemlich viel getroppt auf jeden Fall. Es war häufig Doppeltrop, teilweise Dreifach-Drops bei einem Monster-Kill. Hat sich sehr für mich gelohnt auf jeden Fall. Die Cast-Helme, die sind so quasi im 10-Minuten-Takt geloopt worden von mir. Sehr geile Sache auf jeden Fall. Ich habe richtig, richtig Glück gehabt. Ähm, jetzt gleich sieht man auch nochmal, da droppe ich einen Beeschi-Helm. Also innerhalb der ersten 10 Minuten gab es als allererstes dann einen Schurken-Cast-Helm in B6, Eva. Mit dem Cast-Siegel natürlich. Das ist der ultimative Drop natürlich. Schurken-Helme sind eh übelst teuer. Und dann auch noch in Eva und in B6. Also wirklich top. Ultimo. Mehr geht nicht. Wie ihr seht, da habe ich jetzt gerade eben einen Beeschi-Helm gedroppt. Der wird jetzt gleich geloopt. Und ja, ist klar, was da rauskommt. Nämlich einen Cast-Helm. Sehr geile Sache. Den Beeschi-Helm habe ich quasi gleich zweimal gedroppt. Oder zweimal geloopt. Leider nicht in Eva, sondern nur in Rüssi. Aber es geht hier um das Cast-Siegel. Das ist das Wichtige, das ist das Wertvolle. Und ja, dann gab es noch einen Titan-Helm in Cast. Und dann gab es noch ein paar heiler Schüchen. Die sind jetzt wahrscheinlich nicht so viel wert. Vielleicht gebe ich die irgendwann mal irgendwie weg. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ende vom Lied war richtig geile Ausbeute. Die Samen und das, was ich reingeknallt habe, habe ich definitiv alles wieder rausgehabt. Und ja, kann ich nur empfehlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Abo da. Wie immer die Standardsätze. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen. Und wir sehen uns bei meinen Let's Plays oder in irgendeinem Guide oder im Spiel. Bis dahin. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.